Willkommen auf dem Kanal, VfL Wolfsburg Fans. Hier sind Sie, Wolfsburg Fan, genau richtig. Hier haben Sie Zugang zu exklusiven Inhalten. Melden Sie sich jetzt an und verpassen Sie kein einziges Detail der VfL Wolfsburg Reise. Der zweite 5a0-Sieg des VfL Wolfsburg gegen Galatasaray Istanbul binnen einer Woche stimmte Dreierpackerin Alexandra Popp zufrieden mit einer Einschränkung. Wenn man auf hohem Niveau meckern will, muss das Ergebnis höher ausgehen. Wir hatten eine Schlagzahl an Chancen, die wir besser ausspielen müssen, sagte die überragende Stürmerin, die am Mittwochabend an allen Treffern beteiligt war. Zu ihren drei Toren steuerte die ehemalige Nationalspielerin noch zwei Vorlagen bei. Eben jene Schlagzahl spiegelte sich in 50. Torschussversuchen in 90 Minuten VfL-Trainer Tommy Stroth pflichtete seiner Torjägerin daher bei, Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie 20 A0-Ecken gehabt. Da wäre durchaus ein höheres Ergebnis möglich gewesen, sauer konnte der Coach nach dem 100. Champions-League-Spiel der Wolfsburger Vereinsgeschichte aber nicht sein. Wir gehen mit einem 10 A0 aus beiden Spielen, alles ist vorbereitet für ein großes Finale gegen die Römer, sagte Stroth. Rom verlor gegen Tabellenführer Olympique Leom 1 A4, 0 A0, und ist damit in Gruppe A-Punkt gleich, beide 6, mit den Wölfinnen. Das direkte Duell am 11. Dezember, 18 Uhr und 45 Minuten Uhr, Dazon, in Wolfsburg dürfte darüber entscheiden, wer hinter den bereits qualifizierten Französinnen ins vierte Finale einzieht. Das Hinspiel hatte der VfL in Italien 0 A1 verloren. Bei Punktgleichheit nach Abschluss der Gruppenphase entscheidet der direkte Vergleich, anschließend die Tordifferenz aller Gruppenspiele. Dort liegt Wolfsburg auch dank der deutlichen Siege gegen Istanbul bisher klar von, 10 A3 vs. 8 A8. Rom bekommt es nach dem Wolfsburg-Spiel noch mit den Türkinnen zu tun. Die Rom-Partie in drei Wochen wird das 101. Spiel der Wölfinnen in der Königsklasse und womöglich das 74. für Identifikationsfigur Pop mit ihrem VfL auf internationaler Bühne. Das ist extreme Historie, da ärgert es uns fast, dass wir letztes Jahr nicht in der Champions League waren, sagte Pop. Vergessen Sie nicht, Ihren Kommentar zu hinterlassen, die Videos zu leaken und mit anderen Fans zu teilen.